Moin Moin und herzlich willkommen bei Nachschlag. Ja, mal wieder. Es gibt nämlich was Neues. Bei diesem Nachschlag geht es nochmal darum, wie ihr den Getika-Dateiauswahl-Dialog wirklich loswerdet. Also, tschüss, Gnom. Wie bekommen wir den Gnom rausgeworfen? Er guckt nicht sehr freundlich und es braucht auch so ein bisschen Nachhilfe dabei. Insofern ist es auch mein vierter Versuch, um das Ganze zu machen. In dem Video, was ich schon mal zum Thema gemacht habe, habe ich verschiedene Ansätze ausprobiert und der dritte ging so überwiegend. Problematisch war, dass es nicht unter jedem Desktop funktioniert hat, wie ich es gezeigt habe. Unter anderem unter dem TTE-Desktop, den ich sehr gerne verwende, hat das nicht funktioniert. Von daher gibt es hier nochmal so ein Update mit dem vierten Versuch. Erstmal grob darum, worum es geht. Viele Programme, die aus dem Gnom- und GTK-Umfeld kommen, die verwenden den GTK-Auswahl-Dialog. Der ist nicht besonders gut. Der ist eigentlich total nervig. Und man bekommt ihn auch nicht wirklich so umgebaut, dass er in einem für mich jedenfalls funktionsfähigen Zustand ist. Und was ich so im Internet gefunden habe, also die Diskussion um diesen Dialog ist schon relativ lange und eigentlich irgendwie dieselben Probleme haben andere genauso wie ich auch. Wenn ihr mit dem GTK-Auswahl-Dialog zufrieden seid, dann braucht ihr das ja auch nicht weiterzugucken. Grundlegend geht es darum, dass man prinzipiell den Dateiauswahl-Dialog ändern kann, durch was anderes ersetzen kann. Das ist so halb vorgesehen. Für Programme, die in einer Sandbox laufen, sowie Flatpack-Anwendungen, da gibt es eine Methode, dass man sagen kann, verwende die native Desktop-Funktion unter anderem auch für den Dateiauswahl-Dialog. Das habe ich schon mal in dem Video davor gezeigt, wie man das so ein bisschen so umbauen kann, dass es nicht nur für Flatpacks und andere Sandboxing-Anwendungen funktioniert, sondern immer funktioniert. Das klappt allerdings nur dann, wenn die jeweilige Anwendung auch so gebaut ist, dass sie prinzipiell in einer Sandbox ausgeführt werden kann und nicht den GTK-Dateiauswahl-Dialog hart einkodiert. Das geht nämlich auch. Also da muss schon so diese Sandboxing-Funktion verwendet werden. Dann klappt das erst. Da gibt es eine Konfigurationsdatei, wo man Verschiedenes ablegen kann. Passt diesmal nicht ganz drauf. Ich habe hier bloß eine Folie gemacht und von daher müsst ihr ein bisschen scrollen. Und diese Folien, die ich hier zeige, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das einfach rauskopieren. Also kopieren, also alles natürlich. Und dann einfügen in der Shell. Und dann wird das an die richtige Stelle geschrieben, wobei ihr hier sogar Hutrechte verbraucht. Also das Ganze ist eine Konfigurationsdatei für xdg-Desktop-Portal. Das ist diese Variante für die Programme, die in der Sandbox laufen. Und da gibt es so das Portal, worüber denn native Desktop-Funktionen aufgerufen werden können. Das funktioniert über Debus. So weit euch das überhaupt inhaltlich interessiert. Aber da müssen wir das Ganze einmal konfigurieren und eine neue Portals-Datei machen, die zum Beispiel kde.portal heißt. Das ist irgendwie naheliegend, weil ich möchte, dass der kde-Auswahl-Dialog verwendet wird. Ja, was wir hier machen, wir legen so eine Konfigurationsdatei an. Über den Echo-Befehl wird alles, was hier zwischen steht, zwischen den beiden Anführungszeichen, wird genommen und dann über den Pfeil umgeleitet in eine neue Datei. Beziehungsweise, wenn sie schon vorhanden ist, wird sie überschrieben. Und da gibt es unter dem Abschnitt Portal in dieser Konfigurationsdatei verschiedene Variablen, die mit Werten gefüllt werden. Und wichtig dabei ist, damit es auch wirklich vielleicht sogar überall funktioniert, ist so eine relativ lange Liste, wo einzelne Desktops aufgelistet werden. Default ist jetzt neu und dann habe ich für mich noch tde.kde, tde, trinity, habe ich alle mal eingetragen. Und damit funktioniert das bei mir auch mit dem trinity-Desktop. Neu ist auch der Abschnitt Preferred, also bevorzugt. Und der Standard soll kde sein. Das hier ist der Punkt, der mir wahrscheinlich dort gefehlt hat für tde. Dass hier oben schon steht, dass standardmäßig das über kde-Portal gemacht werden soll, das hat dann nicht gereicht. Bei anderen Desktop-Umgebungen hat das gereicht. Aber mit diesem ganzen Konfigurationsblock hier funktioniert es auch unter tde. Und wenn ihr das vorher ausprobiert habt und bei eurem Desktop funktioniert es nicht, probiert mal diese Variante, vielleicht klappt es ja auch. Schreibt gerne in die Kommentare rein, unter welchem Desktop ihr das Ganze ausprobiert habt und ob es jetzt funktioniert im Gegensatz zu vorher. Würde mich mal interessieren. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht ist es ja für euch auch die Lösung, wenn ihr diesen GTK-Dialog loswerden wolltet, euch das vorherige Video angeguckt habt und in eurer Desktop-Umgebung hat das noch nicht funktioniert. Von daher ist das, was ich jetzt gezeigt habe, vielleicht ein guter Kandidat dafür, dass es auch bei euch läuft. Ansonsten macht es natürlich gerne nach. Lasst es auch gerne bleiben, wenn ihr mit GTK und dem Dialog zufrieden seid. Aber natürlich Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017